Dialog 1 Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche In diesem Gespräch diskutieren Alex und Anna die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Finanzbranche. Sie sprechen über automatisierte Prozesse, Risikomanagement und Kundenerfahrung. Anna, hast du schon einmal von künstlicher Intelligenz in der Finanzbranche gehört? Ja, Alex, künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle in der Finanzwelt. Sie ermöglicht automatisierte Prozesse und verbessert die Effizienz. Genau, Anna, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können Banken und Finanzinstitute Aufgaben wie Datenanalyse und Kundenbetreuung automatisieren. Das klingt interessant. Wie genau unterstützt künstliche Intelligenz das Risikomanagement in der Finanzbranche? Gute Frage, Anna. Künstliche Intelligenz kann große Datenmengen analysieren und Muster erkennen, die auf potenzielle Risiken hinweisen. Dadurch können Finanzunternehmen frühzeitig auf Risiken reagieren und Maßnahmen ergreifen. Das ist beeindruckend, Alex. Es hilft sicherlich dabei, finanzielle Verluste zu minimieren und die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten. Absolut, Anna. Ein weiterer Vorteil ist, dass künstliche Intelligenz die Kundenerfahrung verbessern kann. Durch personalisierte Empfehlungen und schnellere Transaktionen wird die Zufriedenheit der Kunden gesteigert. Das ist sehr wichtig. Wenn Kunden zufrieden sind, werden sie eher weiterhin die Dienstleistungen der Finanzunternehmen nutzen. Genau. Anna. Künstliche Intelligenz ermöglicht es Finanzinstituten, maßgeschneiderte Angebote und Produkte anzubieten, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Das klingt nach einer Win-Win-Situation, Alex. Kunden profitieren von personalisierten Lösungen und die Unternehmen können ihre Kundenbindung stärken. Abschließend möchte ich erwähnen, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Finanzbranche auch Herausforderungen mit sich bringt. Es müssen ethische Fragen und Datenschutzbestimmungen berücksichtigt werden. Da stimme ich dir zu, Alex. Der verantwortungsvolle Einsatz von künstlicher Intelligenz ist entscheidend, um das Vertrauen der Kunden zu wahren und mögliche Risiken zu minimieren. Genau. Anna. In den nächsten Teilen unseres Gesprächs können wir genauer auf diese Herausforderungen eingehen und weitere Aspekte der künstlichen Intelligenz in der Finanzbranche erkunden. Anna. In Teil 1 haben wir über die Vorteile der künstlichen Intelligenz in der Finanzbranche gesprochen. Nun wollen wir uns den Herausforderungen zuwenden. Welche Schwierigkeiten siehst du in Bezug auf den Einsatz von Key? Eine der größten Herausforderungen ist sicherlich die Datensicherheit, Alex. Da Key auf großen Datenmengen basiert, müssen Finanzinstitute sicherstellen, dass die Daten ihrer Kunden geschützt sind. Ganz genau. Anna. Der Schutz der Privatsphäre und die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien sind von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen der Kunden zu erhalten. Zusätzlich dazu müssen wir uns auch mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Wie können wir sicherstellen, dass der Einsatz von Key in der Finanzbranche fair und gerecht ist? Das ist ein wichtiger Punkt, Anna. Es ist notwendig, dass die Algorithmen und Entscheidungsprozesse der künstlichen Intelligenz transparent und nachvollziehbar sind, um Diskriminierung und Voreingenommenheit zu vermeiden. Absolut. Alex. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass der menschliche Faktor nicht vollständig durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann. Es ist wichtig, dass der menschliche Einfluss und das Fachwissen weiterhin eine Rolle spielen. Da stimme ich dir zu, Anna. Künstliche Intelligenz kann unterstützen und automatisieren, aber sie kann nicht die menschliche Intuition und das persönliche Urteilsvermögen ersetzen. Genau. Alex. Es ist wichtig, dass Finanzinstitute den richtigen Mix aus menschlicher Expertise und keybasierten Lösungen finden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass künstliche Intelligenz auch fehleranfällig sein kann. Es ist wichtig, regelmäßige Überprüfungen und Tests durchzuführen, um potenzielle Fehler oder Verzerrungen zu identifizieren und zu beheben. Das stimmt, Alex. Eine kontinuierliche Überwachung und Verbesserung der künstlichen Intelligenz ist unerlässlich, um ihre Effektivität und Genauigkeit sicherzustellen. Abschließend können wir sagen, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Finanzbranche sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich bringt. Es ist wichtig, diese Herausforderungen anzugehen und die ethischen Aspekte sorgfältig zu berücksichtigen. Genau. Alex. Nur durch einen verantwortungsvollen und ausgewogenen Einsatz von künstlicher Intelligenz können wir die Potenziale ausschöpfen und gleichzeitig die Integrität und Sicherheit des Finanzsystems gewährleisten. Danke, Anna, für diese interessante Diskussion. Im nächsten Teil können wir uns vielleicht genauer mit konkreten Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der Finanzbranche befassen. Guten Tag, Anna. Im letzten Teil haben wir über die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz in der Finanzbranche gesprochen. Jetzt könnten wir uns näher mit den konkreten Anwendungen befassen. Welche Einsatzmöglichkeiten von Key siehst du in der Finanzbranche? Guten Tag, Alex. Es gibt zahlreiche Anwendungen von Key in der Finanzbranche. Eine wichtige Einsatzmöglichkeit ist die automatisierte Kundenbetreuung. Key-gestützte Chatbots können Kundenanfragen schnell und effizient bearbeiten. Ja, das stimmt, Anna. Chatbots können rund um die Uhr verfügbar sein und grundlegende Fragen beantworten, was die Kundenerfahrung verbessert und den Kundenservice entlastet. Eine weitere Anwendung ist die Kreditrisikobewertung. Key-Algorithmen können große Mengen an Daten analysieren und Risikoprofile erstellen, um eine fundierte Entscheidung über Kreditvergaben zu treffen. Das ist richtig, Anna. Durch den Einsatz von Key können Finanzinstitute das Kreditrisiko besser einschätzen und die Kreditvergabe effizienter gestalten. Darüber hinaus kann künstliche Intelligenz auch bei der Betrugsprävention helfen. Durch die Analyse von Transaktionsdaten und das Erkennen von verdächtigen Mustern können betrügerische Aktivitäten frühzeitig erkannt und verhindert werden. Absolut. Anna. Die schnelle Erkennung und Reaktion auf potenzielle Betrugsfälle ist für Finanzinstitute von großer Bedeutung, um ihre Kunden zu schützen und den finanziellen Schaden zu minimieren. Eine weitere Anwendung ist das automatisierte Portfolio-Management. Key-Algorithmen können Marktdaten analysieren, Risikoprofile berücksichtigen und Anlagestrategien optimieren. Das ist interessant, Anna. Die Automatisierung des Portfolio-Managements kann zu effizienteren und präziseren Anlageentscheidungen führen. Nicht zu vergessen ist auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Handel. Algorithmen können Markttrends identifizieren, Handelsstrategien entwickeln und automatisierte Handelsaufträge ausführen. Ja, das High-Frequency-Trading ist ein Beispiel dafür, wie Key den Handelsprozess beschleunigen und auf große Datenmengen reagieren kann. Zusammenfassend können wir sagen, dass künstliche Intelligenz in der Finanzbranche vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Von der Kundenbetreuung über die Risikobewertung bis hin zum Portfolio-Management und Handel können Key-gestützte Lösungen die Effizienz steigern und bessere Ergebnisse liefern. Danke, Anna, für diese informative Diskussion über künstliche Intelligenz in der Finanzbranche. Es ist klar, dass Key eine transformative Kraft hat und die Zukunft der Branche maßgeblich beeinflusst. Gern geschehen, Alex. Es war interessant, über die verschiedenen Aspekte von Key in der Finanzbranche zu sprechen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Technologie weiterentwickelt und wie Finanzinstitute sie nutzen werden. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 2 Klimawandel und seine Auswirkungen In dieser Unterhaltung setzen Max und Lisa ihr Gespräch über den Klimawandel und dessen Auswirkungen fort. Sie tauschen ihre Gedanken und Erfahrungen darüber aus, wie der Klimawandel unsere Umwelt verändert und was wir tun können, um ihn zu bekämpfen. Hallo Lisa, lass uns über den Klimawandel und seine Auswirkungen sprechen. Es ist beunruhigend zu sehen, wie sich unsere Umwelt verändert. Da hast du recht, Max. Der Klimawandel hat bereits spürbare Auswirkungen. Zum Beispiel steigen die Temperaturen, Gletscher schmelzen und das Wetter wird extremer. Das ist erschreckend, Lisa. Ich habe gehört, dass der Anstieg des Meeresspiegels eine weitere Folge des Klimawandels ist. Was weißt du darüber? Ja, Max. Durch das Abschmelzen von Eis und das Ausdehnen des Wassers steigt der Meeresspiegel an. Das kann zu Überschwemmungen von Küstengebieten und dem Verlust von Lebensräumen für Meereslebewesen führen. Das ist besorgniserregend, Lisa. Ich kann mir vorstellen, dass der Klimawandel auch negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt hat. Absolut. Max. Viele Tierarten sind durch den Verlust ihres natürlichen Lebensraums gefährdet. Auch Pflanzen leiden unter den veränderten Klimabedingungen und sind anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Das ist wirklich traurig, Lisa. Gibt es etwas, was wir persönlich tun können, um den Klimawandel zu bekämpfen? Auf jeden Fall, Max. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten, indem wir unseren Q2-Fußabdruck reduzieren. Das können wir zum Beispiel durch energiesparendes Verhalten, wie das Ausschalten von Lichtern und elektronischen Geräten, erreichen. Das ist eine gute Idee, Lisa. Wir können auch unseren Verbrauch von Einwegplastik reduzieren, indem wir wiederverwendbare Alternativen verwenden. Richtig. Max. Eine weitere Möglichkeit ist es, unseren Transport zu überdenken. Wir können öfter auf das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr umsteigen und weniger mit dem Auto fahren. Das ist eine praktikable Lösung, Lisa. Was können wir noch tun, um unsere Umwelt zu schützen? Wir können unsere Ernährungsgewohnheiten überdenken und den Konsum von tierischen Produkten reduzieren. Die Produktion von Fleisch- und Milchprodukten trägt erheblich zur Treibhausgasemission bei. Das ist ein guter Punkt, Lisa. Ich denke, es ist auch wichtig, unsere Regierungen und Entscheidungsträger zur Verantwortung zu ziehen und sie zu Maßnahmen gegen den Klimawandel zu drängen. Absolut. Max. Wir sollten uns für eine nachhaltige Energiegewinnung einsetzen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, wie Solarenergie und Windkraft. Das ist eine langfristige Lösung, Lisa. Aber wir können auch im Kleinen anfangen, indem wir unseren Konsum und unseren Lebensstil bewusst gestalten. Stimmt. Max. Lasst uns weiterhin über den Klimawandel und seine Auswirkungen nachdenken und uns gegenseitig motivieren, um weltbewusste Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall, Lisa. Gemeinsam können wir eine nachhaltigere Zukunft schaffen und die Auswirkungen des Klimawandels minimieren. Hallo Lisa. Lassen wir uns über den Klimawandel und seine Auswirkungen unterhalten. Wir haben bereits über die Veränderungen in der Umwelt gesprochen. Gibt es noch andere Folgen des Klimawandels, die du erwähnen möchtest? Ja. Max. Eine weitere Auswirkung des Klimawandels ist die Versauerung der Ozeane. Durch die erhöhte CO2-Aufnahme sinkt der pH-Wert des Wassers, was sich negativ auf die Meereslebewesen und das Ökosystem auswirkt. Das ist beunruhigend, Lisa. Ich habe auch gehört, dass der Klimawandel zu einer Veränderung der Niederschlagsmuster führt. Was kannst du dazu sagen? Richtig. Max. Der Klimawandel kann zu Dürren und Hitzewellen in einigen Regionen führen, während andere Gebiete vermehrt von Starkregen und Überschwemmungen betroffen sind. Diese Veränderungen haben weitreichende Auswirkungen auf Landwirtschaft, Wasserversorgung und Ökosysteme. Das ist besorgniserregend, Lisa. Ich kann mir vorstellen, dass der Klimawandel auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat. Absolut. Max. Durch extreme Hitze und Luftverschmutzung können sich gesundheitliche Probleme wie Atemwegserkrankungen und Hitzschläge verschlimmern. Der Klimawandel beeinflusst somit auch unsere körperliche Verfassung. Das ist wirklich traurig, Lisa. Gibt es Möglichkeiten, um den Klimawandel abzuschwächen oder sich an die Veränderungen anzupassen? Ja. Max. Einerseits können wir die Emissionen von Treibhausgasen reduzieren, indem wir auf erneuerbare Energien umsteigen und Energieeffizienzmaßnahmen ergreifen. Andererseits müssen wir uns auch auf Anpassungsstrategien konzentrieren, wie beispielsweise den Schutz gefährdeter Küstenregionen oder die Entwicklung hitzeresistenter Pflanzensorten. Das sind gute Ansätze, Lisa. Ich denke, es ist wichtig, dass wir alle unseren Beitrag leisten und auch bewusst über unsere Konsumgewohnheiten nachdenken. Richtig. Max. Wir können unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, indem wir auf nachhaltige Transportmittel umsteigen, weniger Fleisch konsumieren und unsere Ressourcen bewusst nutzen. Das ist ein guter Punkt, Lisa. Es ist auch wichtig, dass wir uns weiterhin über den Klimawandel informieren und unser Wissen teilen, um ein Bewusstsein für dieses globale Problem zu schaffen. Absolut. Max. Wir sollten auch unsere Stimme erheben und die Regierungen dazu auffordern, Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. Jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Stimmt. Lisa. Lasst uns weiterhin über den Klimawandel und seine Auswirkungen nachdenken und uns gegenseitig motivieren, um weltbewusste Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall, Max. Gemeinsam können wir eine nachhaltigere Zukunft schaffen und die Auswirkungen des Klimawandels minimieren. Hallo Lisa. Lass uns über den Klimawandel und seine Auswirkungen sprechen. Wir haben bereits über die Veränderungen in der Umwelt und mögliche Lösungsansätze gesprochen. Gibt es noch etwas, das du hervorheben möchtest? Ja, Max. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Klimawandel auch globale Ungerechtigkeiten verstärkt. Die am stärksten betroffenen Regionen sind oft die ärmeren Länder, die weniger Ressourcen haben, um sich anzupassen oder zu schützen. Das ist eine wichtige Perspektive, Lisa. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Klimawandel nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch ein soziales und gerechtigkeitsbezogenes Problem ist. Absolut. Max. Es ist daher entscheidend, dass wir als globale Gemeinschaft zusammenarbeiten, um den Klimawandel anzugehen und gerechte Lösungen zu finden. Das sehe ich genauso, Lisa. Es ist ermutigend zu sehen, dass immer mehr Menschen und Organisationen sich für den Klimaschutz engagieren und Lösungen suchen. Richtig. Max. Die Jugendbewegungen und Aktivisten spielen eine wichtige Rolle, um Bewusstsein zu schaffen und Druck auf Regierungen und Unternehmen auszuüben. Das ist inspirierend, Lisa. Es zeigt, dass wir gemeinsam etwas bewirken können, wenn wir uns für den Klimaschutz einsetzen. Absolut. Max. Wir sollten auch unsere Hoffnung nicht verlieren. Es gibt bereits viele positive Veränderungen und Innovationen, die uns auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft unterstützen. Das ist eine wichtige Botschaft, Lisa. Indem wir uns weiterhin informieren, unsere Lebensweise ändern und aktiv werden, können wir einen Unterschied machen. Richtig. Max. Es liegt an uns, Verantwortung zu übernehmen und unseren Beitrag zu leisten, sei es durch kleine Alltagshandlungen oder durch Engagement in der Gemeinschaft. Das ist ein guter Abschluss, Lisa. Lasst uns weiterhin über den Klimawandel und seine Auswirkungen nachdenken und uns gegenseitig motivieren, um weltbewusste Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall. Max. Gemeinsam können wir eine nachhaltigere Zukunft schaffen und die Auswirkungen des Klimawandels minimieren. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 3 Online Communities und soziale Unterstützung In dieser Unterhaltung diskutieren Anna und Tim die Bedeutung von Online Communities für soziale Unterstützung. Sie teilen ihre Erfahrungen und reflektieren über die Vorteile dieser virtuellen Gemeinschaften. Hey Tim. Ich wollte mit dir über Online Communities sprechen. Ich finde es faszinierend, wie Menschen sich online verbinden und sich gegenseitig unterstützen. Ja. Das ist wirklich erstaunlich, Anna. Online Communities bieten eine Plattform für Menschen mit gemeinsamen Interessen, die sich austauschen und unterstützen möchten. Genau. Tim. Ich habe eine Online Community gefunden, in der sich Menschen mit ähnlichen Hobbys treffen. Es ist toll, dass ich dort Tipps und Ratschläge bekomme. Das klingt großartig, Anna. Diese Communities können eine echte Quelle der Unterstützung sein. Ich habe auch festgestellt, dass Menschen dort offen über persönliche Herausforderungen sprechen können. Absolut. Tim. In diesen virtuellen Räumen fühlen sich viele Menschen wohl, ihre Sorgen und Ängste zu teilen. Es ist schön zu sehen, wie sie sich gegenseitig ermutigen und unterstützen. Das ist wahr. Anna. Oft können Menschen in Online Communities offener sein als im realen Leben. Sie finden dort Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ihnen helfen können. Genau. Tim. Ich habe auch festgestellt, dass Online Communities eine Vielzahl von Ressourcen bieten, wie beispielsweise Links zu hilfreichen Artikeln oder Webinaren. Das ist großartig, Anna. Es ist schön zu sehen, wie Menschen ihr Wissen teilen und anderen helfen wollen. Diese Communities fördern den Wissensaustausch und das Lernen voneinander. Definitiv. Tim. Ich habe auch bemerkt, dass in Online Communities oft ein positives und unterstützendes Umfeld herrscht. Die Mitglieder ermutigen einander und verbreiten gegenseitig gute Stimmung. Das ist sehr wichtig, Anna. Eine positive Atmosphäre kann einen großen Unterschied machen und Menschen ermutigen, sich offen auszudrücken und um Hilfe zu bitten. Absolut. Tim. Online Communities bieten auch eine gewisse Anonymität, die es Menschen leichter macht, ihre Probleme zu teilen. Sie fühlen sich sicherer und geschützter. Ja, das ist ein guter Punkt, Anna. Die Möglichkeit, sich hinter einem Bildschirm auszutauschen, kann Menschen helfen, ihre Hemmungen zu überwinden und soziale Unterstützung zu finden. Ich denke, Online Communities haben das Potenzial, das Gefühl der Zugehörigkeit und des sozialen Zusammenhalts zu stärken. Menschen können sich in einer virtuellen Gemeinschaft unterstützt fühlen. Das sehe ich genauso, Anna. Es ist schön zu wissen, dass es solche Räume gibt, in denen Menschen aufeinander zählen können, besonders wenn sie sich allein oder unsicher fühlen. Auf jeden Fall, Tim. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die Online Communities bieten und wie sie Menschen zusammenbringen können, die sich gegenseitig helfen möchten. Das sollten wir auf jeden Fall schätzen, Anna. Lasst uns weiterhin diese positiven Aspekte von Online Communities nutzen und andere ermutigen, sich ihnen anzuschließen. Tim, ich denke, es ist erstaunlich, wie vielfältig die Online Communities sind und welche Art von Unterstützung sie bieten. Ja, das stimmt, Anna. Es gibt so viele verschiedene Communities für verschiedene Themen und Interessen. Jede bietet eine einzigartige Form der Unterstützung. Definitiv. Ich habe zum Beispiel eine Online Community für Eltern gefunden, in der wir uns über unsere Erfahrungen austauschen und uns gegenseitig unterstützen können. Das ist großartig, Anna. Solche Communities können Eltern eine Menge hilfreicher Tipps und Ratschläge geben. Es ist schön zu sehen, wie Menschen in ähnlichen Lebenssituationen zusammenkommen. Absolut. Es gibt auch Communities für Menschen mit speziellen Bedürfnissen oder chronischen Krankheiten. Dort finden sie Verständnis und Unterstützung von Menschen, die ähnliche Herausforderungen haben. Ja, das ist wahr. Es ist wichtig, dass Menschen mit ähnlichen Erfahrungen zusammenkommen und sich gegenseitig ermutigen. Diese Communities können ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind. Auf jeden Fall. Aber es gibt auch Communities, die Menschen unabhängig von ihren Interessen und Erfahrungen unterstützen, wie beispielsweise Selbsthilfegruppen für psychische Gesundheit. Ja, das ist ein guter Punkt, Anna. Menschen können in solchen Communities offen über ihre mentalen Herausforderungen sprechen und Unterstützung von anderen Mitgliedern erhalten. Genau. Es gibt jedoch auch Communities, die einfach nur ein Ort sind, an dem Menschen sich austauschen und neue Freundschaften knüpfen können, ohne spezifische Probleme oder Herausforderungen. Das stimmt. Manchmal brauchen Menschen einfach einen Ort, an dem sie sich mit anderen verbinden und über verschiedene Themen sprechen können. Das kann ihnen auch emotional helfen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass jeder in einer Community akzeptiert und respektiert wird. Eine unterstützende und positive Atmosphäre ist entscheidend. Da hast du absolut recht, Anna. Es ist wichtig, dass sich alle Mitglieder respektiert und sicher fühlen. Dadurch entsteht eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit. Und es ist schön zu sehen, wie Menschen bereit sind, anderen zu helfen und ihnen zuzuhören, auch wenn sie sie noch nie persönlich getroffen haben. Das ist die Kraft von Online-Communities. Ja. Das ist wirklich erstaunlich. Die Möglichkeit, sich online zu verbinden und Unterstützung zu finden, kann das Leben vieler Menschen positiv verändern. Definitiv. Ich bin dankbar für die Online-Communities, die es uns ermöglichen, uns zu vernetzen und uns gegenseitig zu unterstützen. Es ist wirklich eine wertvolle Ressource. Absolut. Lassen Sie uns weiterhin diese Communities nutzen und anderen Menschen davon erzählen, damit sie auch von der sozialen Unterstützung profitieren können, die sie bieten. Tim, wir haben über die positiven Aspekte von Online-Communities gesprochen. Aber es gibt auch Herausforderungen, oder? Ja. Das stimmt, Anna. Online-Communities haben sicherlich ihre eigenen Herausforderungen. Eine davon ist die Schwierigkeit, die Authentizität der Mitglieder zu überprüfen. Das ist wahr. Manchmal kann es schwierig sein, festzustellen, ob jemand in der Community wirklich die Person ist, die sie vorgeben zu sein. Das kann zu Vertrauensproblemen führen. Absolut. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein und persönliche Informationen nicht leichtfertig preiszugeben. Datenschutz und Online-Sicherheit sind wichtige Aspekte. Gleichzeitig kann es auch schwierig sein, in manchen Communities eine angemessene Kommunikation aufrecht zu erhalten. Missverständnisse können leicht entstehen, wenn wir nur über Textnachrichten kommunizieren. Ja. Das ist eine weitere Herausforderung. Ohne nonverbale Signale wie Körpersprache und Tonfall kann es schwierig sein, die Absichten oder Emotionen hinter den Worten zu verstehen. Genau. Deshalb ist es wichtig, respektvoll und klar zu kommunizieren. Missverständnisse sollten offen angesprochen und geklärt werden. Ich stimme dir zu, Anna. Eine offene und respektvolle Kommunikation kann dazu beitragen, Konflikte zu vermeiden und eine positive Atmosphäre in der Community aufrecht zu erhalten. Eine weitere Herausforderung könnte sein, dass nicht alle Communities für jeden geeignet sind. Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Das ist richtig. Manchmal kann es schwierig sein, eine Community zu finden, die genau zu den eigenen Bedürfnissen passt. Es erfordert ein wenig Recherche und Ausprobieren. Ja. Es ist wichtig, eine Community zu finden, in der man sich wohlfühlt und bei der man sich mit Gleichgesinnten verbunden fühlt. Das kann Zeit und Geduld erfordern. Absolut. Und manchmal kann es auch schwierig sein, die richtige Balance zwischen Online- und Offline-Leben zu finden. Es ist wichtig, nicht zu viel Zeit online zu verbringen und auch persönliche Kontakte zu pflegen. Ja. Das ist eine wichtige Erinnerung. Online-Communities sollten ein zusätzliches Werkzeug zur sozialen Unterstützung sein, aber nicht den persönlichen Kontakt ersetzen. Genau. Letztendlich geht es darum, die Vorteile von Online-Communities zu nutzen, während man gleichzeitig ein ausgewogenes Leben führt. Ich denke, wir sind uns einig, dass Online-Communities eine wertvolle Ressource sein können, aber auch ihre Herausforderungen haben. Mit Vorsicht und Achtsamkeit können wir die positiven Aspekte nutzen und die Herausforderungen bewältigen. Das sehe ich genauso, Anna. Es ist wichtig, offen zu sein und aus den Erfahrungen in Online-Communities zu lernen. Damit können wir uns selbst und andere unterstützen. Auf jeden Fall. Lasst uns weiterhin die Vorteile von Online-Communities nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen im Blick behalten. Gemeinsam können wir eine starke Gemeinschaft aufbauen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 4 Beziehungstipps für die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit Hallo Jonas. Es ist schön, über Beziehungstipps zu sprechen. Wie schaffst du es, in einer Partnerschaft unabhängig zu bleiben? Hallo Mia. Für mich ist es wichtig, meine eigenen Interessen und Hobbys zu pflegen, selbst wenn ich in einer Beziehung bin. Ich finde es gut, Zeit alleine zu verbringen und mich auf meine persönliche Entwicklung zu konzentrieren. Das gibt mir ein Gefühl von Unabhängigkeit und erlaubt mir, meine eigene Identität zu bewahren. Das kann ich verstehen, Jonas. Es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht vollständig in der Beziehung zu verlieren. Indem wir unsere eigenen Interessen und Hobbys pflegen, bleiben wir nicht nur unabhängig, sondern bereichern auch unsere Partnerschaft mit neuen Erfahrungen und Gesprächsthemen. Genau, Mia. Es geht darum, ein gesundes Gleichgewicht zwischen gemeinsamer Zeit und persönlicher Freiheit zu finden. Wir können zusammen schöne Momente teilen, aber auch Raum für individuelle Entfaltung lassen. Das sehe ich genauso, Jonas. Es ist wichtig, sich gegenseitig Freiräume zu geben und Verständnis für die persönlichen Bedürfnisse des Partners aufzubringen. Das stärkt nicht nur die Beziehung, sondern auch die individuelle Unabhängigkeit. Absolut, Mia. Eine offene Kommunikation ist ebenfalls entscheidend. Indem wir unsere Bedürfnisse und Erwartungen klar ausdrücken, können wir gemeinsam Lösungen finden, die beiden Partnern gerecht werden. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und Respekt für die persönlichen Ziele und Träume des anderen haben. Das stimmt, Jonas. Offene Kommunikation schafft Vertrauen und ermöglicht es uns, unsere eigenen Grenzen und Bedürfnisse auszudrücken. Es ist schön zu wissen, dass wir in einer Beziehung sein können, ohne unsere Unabhängigkeit aufgeben zu müssen. Genau, Mia. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die gegenseitige Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung. Wir können einander ermutigen, unsere Ziele zu verfolgen und unsere Träume zu verwirklichen. Das stärkt nicht nur unsere Unabhängigkeit, sondern auch die Bindung in der Partnerschaft. Das ist ein wertvoller Punkt, Jonas. In einer gesunden Beziehung können wir uns gegenseitig inspirieren und ermutigen, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Es ist schön zu wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, während wir gleichzeitig unsere individuelle Unabhängigkeit wahren. Absolut, Mia. Es geht darum, eine Partnerschaft zu haben, die uns ermutigt, unsere Träume zu verfolgen und uns selbst treu zu bleiben. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und Raum für individuelle Entfaltung lassen, können wir eine erfüllte und gleichzeitig unabhängige Beziehung führen. Da stimme ich dir vollkommen zu, Jonas. Es ist eine schöne Balance zwischen Verbundenheit und Freiheit. Ich freue mich darauf, in Teil 2 mehr über deine Ratschläge und persönlichen Erfahrungen zu erfahren. Ich auch, Mia. Es ist inspirierend, sich gegenseitig zu ermutigen und voneinander zu lernen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Jonas. Hallo, Jonas. In unserem letzten Gespräch haben wir über die Bedeutung von individuellen Interessen und offener Kommunikation gesprochen. Gibt es noch weitere Aspekte, die du für wichtig hältst, um Unabhängigkeit in einer Beziehung aufrecht zu erhalten? Hallo, Mia. Ja, definitiv. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die gegenseitige Unterstützung bei der Gestaltung von Freiräumen. Wir sollten uns Zeit nehmen, um alleine zu sein und uns mit uns selbst zu beschäftigen. Indem wir uns gegenseitig ermutigen und akzeptieren, dass jeder von uns Zeit für sich braucht, stärken wir unsere Unabhängigkeit in der Beziehung. Das ist ein wertvoller Punkt, Jonas. Es geht darum, den Freiraum des anderen zu respektieren und ihm die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu entfalten. Indem wir uns auf unsere eigene Selbstpflege konzentrieren, können wir auch eine gesunde Balance in der Partnerschaft aufrechterhalten. Absolut, Mia. Selbstpflege ist ein wichtiger Teil der Unabhängigkeit. Indem wir auf unsere eigenen Bedürfnisse achten und uns Zeit für Ruhe, Entspannung und persönliches Wachstum nehmen, sind wir in der Lage, uns in der Beziehung besser einzubringen und unser Wohlbefinden zu stärken. Das stimmt, Jonas. Es ist wichtig, dass wir uns selbst lieben und gut für uns selbst sorgen. Indem wir uns um unser eigenes Glück kümmern, können wir auch in der Partnerschaft eine positive Energie ausstrahlen und unsere Unabhängigkeit bewahren. Genau, Mia. Vertrauen ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil. Wenn wir einander vertrauen und uns gegenseitig den Freiraum geben, können wir uns frei entfalten, ohne Angst vor Kontrolle oder Einschränkung. Es geht darum, dass wir uns sicher fühlen und wissen, dass unsere Unabhängigkeit respektiert wird. Das sehe ich genauso, Jonas. Vertrauen ist ein fundamentaler Baustein einer gesunden Beziehung. Wenn wir uns gegenseitig vertrauen, können wir unsere Unabhängigkeit bewahren und uns in der Partnerschaft sicher und unterstützt fühlen. Absolut, Mia. Ein weiterer Ratschlag, den ich geben würde, ist, dass wir uns bewusst Zeit für gemeinsame Aktivitäten nehmen sollten, die uns beiden Freude bereiten. Es ist wichtig, gemeinsame Interessen zu entwickeln und Zeit miteinander zu verbringen, um die Bindung zu stärken. Gleichzeitig sollten wir jedoch auch darauf achten, dass wir unsere individuellen Hobbys und Interessen nicht vernachlässigen. Das ist ein wertvoller Hinweis, Jonas. Indem wir gemeinsame Aktivitäten genießen, können wir eine Verbindung aufbauen und positive Erinnerungen schaffen. Es ist jedoch genauso wichtig, unsere individuellen Leidenschaften und Interessen zu pflegen, um unsere Unabhängigkeit zu bewahren. Genau, Mia. Es geht darum, die Balance zu finden und sowohl als Individuen als auch als Paar zu wachsen. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und Raum für persönliches Wachstum und Freiheit lassen, können wir eine gesunde und erfüllende Beziehung führen. Da stimme ich dir vollkommen zu, Jonas. Es ist schön zu wissen, dass wir trotz einer Partnerschaft unsere Unabhängigkeit bewahren können. Ich freue mich darauf, in Teil 3 mehr von deinen Ratschlägen und persönlichen Erfahrungen zu hören. Ich auch, Mia. Es ist inspirierend, sich gegenseitig zu ermutigen und voneinander zu lernen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Jonas. Hallo, Jonas. In unseren vorherigen Gesprächen haben wir viele wertvolle Ratschläge ausgetauscht. Hast du noch weitere Gedanken oder Erfahrungen, die du teilen möchtest? Hallo, Mia. Ja, da gibt es noch etwas, das ich gerne hinzufügen möchte. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, unsere eigenen Grenzen zu kennen und diese klar zu kommunizieren. Indem wir unsere persönlichen Bedürfnisse und Wünsche respektieren und unsere Partner daran teilhaben lassen, können wir unsere Unabhängigkeit wahren und gleichzeitig eine gesunde Beziehung führen. Das ist ein wichtiger Punkt, Jonas. Jeder von uns hat individuelle Bedürfnisse und Grenzen, die es zu respektieren gilt. Indem wir offen und ehrlich darüber sprechen, können wir gemeinsam Lösungen finden, die für beide Seiten akzeptabel sind. Genau, Mia. Eine weitere Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass es wichtig ist, in der Partnerschaft Zeit für Reflexion und Selbstreflexion zu haben. Indem wir uns regelmäßig fragen, ob wir unsere Unabhängigkeit bewahren und unsere individuellen Ziele verfolgen, können wir unsere Beziehung immer wieder auf den richtigen Kurs bringen. Das ist eine wertvolle Gewohnheit, Jonas. Selbstreflexion hilft uns, unsere Bedürfnisse zu erkennen und sicherzustellen, dass wir auf unserem eigenen Weg bleiben. Es ermöglicht uns auch, unsere Beziehung aktiv mitzugestalten und ständig an unserer individuellen Entwicklung zu arbeiten. Absolut, Mia. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und unterstützen, unsere Ziele zu verfolgen und unsere Träume zu verwirklichen. Indem wir einander ermutigen, können wir unsere Unabhängigkeit stärken und gleichzeitig eine starke Partnerschaft aufbauen. Das stimmt, Jonas. Eine unterstützende Partnerschaft ist eine, die uns ermutigt, uns selbst zu entfalten und unsere eigenen Ziele zu verfolgen. Wenn wir uns gegenseitig inspirieren und anfeuern, können wir unsere Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig eine liebevolle Beziehung führen. Genau, Mia. Wir sollten auch die Bedeutung von Kompromissen nicht vergessen. In einer Partnerschaft geht es darum, einen gemeinsamen Weg zu finden, der beiden Partnern gerecht wird. Indem wir Kompromisse eingehen und respektvoll miteinander umgehen, können wir unsere Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig unsere Beziehung stärken. Das sehe ich genauso, Jonas. Kompromisse sind ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Beziehung. Es geht darum, einen Mittelweg zu finden, der sowohl unsere individuellen Bedürfnisse als auch die Bedürfnisse des Partners berücksichtigt. Auf diese Weise können wir unsere Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig eine harmonische Partnerschaft führen. Absolut, Mia. Ich bin dankbar, dass wir diese Gespräche führen können und voneinander lernen. Es ist schön zu wissen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, unabhängig zu bleiben und unsere Partnerschaft zu stärken. Ich auch, Jonas. Unsere Gespräche sind inspirierend und ermutigend. Ich wünsche uns beiden, dass wir weiterhin unsere individuelle Entwicklung fördern und gleichzeitig eine liebevolle und unabhängige Beziehung führen können. Ganz genau. Mia. Lasst uns gemeinsam wachsen und uns gegenseitig ermutigen, auf unserem Weg der Unabhängigkeit und des Glücks zu gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Jonas. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 5 Vor- und Nachteile der Globalisierung In dieser Unterhaltung sprechen Max und Lisa über die Vor- und Nachteile der Globalisierung. Sie teilen ihre Gedanken und Ideen zu diesem Thema aus. Hallo Lisa, hast du schon einmal über die Auswirkungen der Globalisierung nachgedacht? Es ist ein Thema, das heutzutage viel diskutiert wird. Ja, Max, Globalisierung hat sicherlich viele Aspekte, über die man nachdenken kann. Was denkst du darüber? Siehst du mehr Vorteile oder Nachteile? Ich denke, es gibt sowohl Vor- als auch Nachteile der Globalisierung. Einerseits ermöglicht sie einen freien Austausch von Waren, Dienstleistungen und Ideen zwischen Ländern, was zu wirtschaftlichem Wachstum führen kann. Das stimmt, Max. Die Globalisierung kann auch zu mehr kulturellem Austausch und gegenseitigem Verständnis zwischen den Menschen auf der ganzen Welt führen. Es eröffnet neue Möglichkeiten für Reisen, Kommunikation und Zusammenarbeit. Richtig, Lisa. Die Globalisierung kann auch zu einer größeren Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen führen, aus denen wir wählen können. Wir können auf Produkte aus verschiedenen Ländern zugreifen und neue Erfahrungen machen. Das ist ein guter Punkt, Max. Andererseits können wir auch einige negative Auswirkungen der Globalisierung sehen. Zum Beispiel kann sie zu sozialen Ungleichheiten führen, da nicht alle Länder gleichermaßen von den wirtschaftlichen Vorteilen profitieren. Das ist wahr, Lisa. Die Globalisierung kann auch dazu führen, dass lokale Unternehmen von multinationalen Konzernen verdrängt werden. Kleine Unternehmen haben möglicherweise Schwierigkeiten, mit der Konkurrenz aus anderen Ländern Schritt zu halten. Stimmt, Max. Wir können auch die Umweltauswirkungen der Globalisierung nicht außer Acht lassen. Der Transport von Waren über große Entfernungen kann zu erhöhten Emissionen und Umweltverschmutzung führen. Das ist ein wichtiger Punkt, Lisa. Die Globalisierung kann auch zur Ausbeutung von Arbeitskräften in Entwicklungsländern führen, da Unternehmen nach Ländern mit niedrigeren Lohnkosten suchen. Absolut. Max. Ein weiterer Nachteil der Globalisierung könnte die kulturelle Homogenisierung sein. Durch den Einfluss globaler Medien und Unternehmen könnten lokale Traditionen und Bräuche verloren gehen. Das ist ein guter Punkt, Lisa. Es ist wichtig, unsere eigene kulturelle Identität zu bewahren und die Vielfalt der Welt zu schätzen. Richtig, Max. Es wäre auch wichtig, dass Länder und Organisationen Mechanismen entwickeln, um die negativen Auswirkungen der Globalisierung zu minimieren und die positiven Aspekte zu fördern. Da hast du absolut recht, Lisa. Es ist eine komplexe Angelegenheit, und es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind und aktiv daran arbeiten, die Vor- und Nachteile der Globalisierung in Balance zu halten. Absolut. Max. Lasst uns weiterhin über dieses Thema nachdenken und nach Lösungen suchen, um eine gerechtere und nachhaltigere Globalisierung zu erreichen. Lisa, lassen uns weiter über die Auswirkungen der Globalisierung sprechen. Ein weiterer Nachteil, den ich sehe, ist die Abhängigkeit von anderen Ländern für wichtige Güter und Dienstleistungen. Wenn es zu Störungen im globalen Handel kommt, kann das negative Folgen haben. Das ist ein wichtiger Punkt, Max. Wenn Länder zu sehr von Importen abhängig sind, könnten sie in Schwierigkeiten geraten, wenn es zu Handelskonflikten oder Versorgungsengpässen kommt. Es könnte sinnvoll sein, auch die lokale Produktion und Versorgung zu fördern. Richtig, Lisa. Wir könnten lokale Unternehmen unterstützen, indem wir ihre Produkte kaufen und ihre Dienstleistungen nutzen. Das kann zur Stärkung der lokalen Wirtschaft beitragen. Stimmt, Max. Gleichzeitig sollten wir auch die Chancen sehen, die die Globalisierung bietet. Durch den Zugang zu internationalen Märkten können Unternehmen expandieren und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Das ist wahr, Lisa. Die Globalisierung ermöglicht es Unternehmen, weltweit zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Das kann zu mehr Arbeitsplätzen und Wohlstand führen. Absolut, Max. Gleichzeitig sollten wir sicherstellen, dass diese Arbeitsplätze fair und gerecht sind. Wir sollten uns für faire Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne weltweit einsetzen. Richtig, Lisa. Die Globalisierung kann auch den kulturellen Austausch fördern und uns die Möglichkeit geben, neue Kulturen und Perspektiven kennenzulernen. Das kann zu einem besseren Verständnis und Zusammenarbeit zwischen Ländern führen. Stimmt, Max. Es ist wichtig, dass wir die Vielfalt und kulturelle Unterschiede schätzen und respektieren. Das kann zu einer toleranteren und inklusiveren Gesellschaft beitragen. Da hast du absolut recht, Lisa. Wir sollten auch bedenken, dass die Globalisierung zur technologischen Innovation beiträgt. Durch den Austausch von Wissen und Ideen können wir Fortschritte in verschiedenen Bereichen wie Medizin, Technologie und Forschung erzielen. Absolut, Max. Wir könnten auch betonen, dass Bildung ein wichtiger Faktor ist, um die Vorteile der Globalisierung zu nutzen. Durch den Zugang zu Bildung können Menschen die Chancen nutzen und sich weiterentwickeln. Richtig, Lisa. Bildung ist ein Schlüssel, um die Globalisierung positiv zu gestalten und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Wir sollten sicherstellen, dass Bildung für alle zugänglich ist. Auf jeden Fall, Max. Letztendlich liegt es an uns, wie wir die Globalisierung gestalten und welche Vor- und Nachteile wir zulassen. Wir sollten bewusste Entscheidungen treffen, um die positiven Aspekte zu fördern und die negativen Auswirkungen zu minimieren. Absolut, Lisa. Lasst uns weiterhin über die Auswirkungen der Globalisierung nachdenken und nach Lösungen suchen, um eine gerechte und nachhaltige Globalisierung zu erreichen. Auf jeden Fall, Max. Lasst uns auch andere dazu ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und aktiv an der Gestaltung einer positiven globalen Zukunft mitzuwirken. Lisa, lassen uns über die sozialen Auswirkungen der Globalisierung sprechen. Eine positive Seite, die ich sehe, ist die Möglichkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Ländern bei globalen Herausforderungen wie Umweltverschmutzung oder Armut. Das ist ein guter Punkt, Max. Die Globalisierung kann dazu führen, dass Länder gemeinsam an Lösungen arbeiten und Ressourcen teilen, um globale Probleme anzugehen. Wir könnten auch von den besten Praktiken anderer Länder lernen. Richtig, Lisa. Die Globalisierung kann auch zu einem größeren kulturellen Austausch führen und zur Bereicherung unserer eigenen Kultur beitragen. Durch den Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Ländern können wir neue Perspektiven gewinnen. Stimmt, Max. Gleichzeitig sollten wir sicherstellen, dass dieser Austausch auf gegenseitigem Respekt und Wertschätzung basiert. Es ist wichtig, die kulturelle Vielfalt zu feiern und Stereotypen zu vermeiden. Das ist wahr, Lisa. Wir könnten auch die positiven Auswirkungen der Globalisierung auf die Gesundheitsversorgung erwähnen. Durch den Zugang zu medizinischem Wissen und Technologie können wir die Gesundheit und Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Absolut, Max. Die Globalisierung ermöglicht es uns auch, auf neue Ideen und Innovationen zuzugreifen. Unternehmen können ihre Produkte und Dienstleistungen verbessern und die Bedürfnisse der Verbraucher weltweit besser erfüllen. Richtig, Lisa. Ein weiterer positiver Aspekt der Globalisierung ist die Erleichterung des Reisens und der kulturellen Erfahrungen. Wir können verschiedene Länder besuchen, neue Menschen kennenlernen und unseren Horizont erweitern. Stimmt, Max. Gleichzeitig sollten wir auch die negativen Auswirkungen der Globalisierung auf die lokale Kultur und Traditionen berücksichtigen. Wir sollten sicherstellen, dass wir unsere eigenen Traditionen bewahren und schützen. Da hast du absolut recht, Lisa. Wir könnten auch betonen, dass wir als Individuen und Gesellschaften Verantwortung tragen, um die negativen Auswirkungen der Globalisierung zu minimieren. Zum Beispiel könnten wir nachhaltigen Konsum fördern und fair gehandelte Produkte unterstützen. Absolut, Max. Es liegt an uns, wie wir die Globalisierung gestalten und die Vor- und Nachteile ausbalancieren. Wir sollten bewusste Entscheidungen treffen und uns für eine nachhaltige und gerechte Globalisierung einsetzen. Richtig, Lisa. Lasst uns weiterhin über die Auswirkungen der Globalisierung nachdenken und nach Lösungen suchen, um die positiven Aspekte zu stärken und die negativen Auswirkungen zu minimieren. Auf jeden Fall, Max. Lasst uns auch andere dazu ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und aktiv an der Gestaltung einer globalen Zukunft mitzuwirken, die für alle von Vorteil ist. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 6 Die Zukunft der Quantenmechanik In diesem Dialog diskutieren Anna und Markus die zukünftigen Entwicklungen in der Quantenmechanik. Sie tauschen ihre Gedanken über Quantencomputer, Quantenkommunikation und die Auswirkungen auf verschiedene Bereiche aus. Markus, ich habe gehört, dass die Quantenmechanik bahnbrechende Fortschritte machen wird. Ein viel diskutiertes Thema ist der Quantencomputer. Was denkst du darüber? Ja, Anna, Quantencomputer haben das Potenzial, komplexe Berechnungen viel schneller als herkömmliche Computer durchzuführen. Sie könnten große Auswirkungen auf Bereiche wie Kryptografie und Medizin haben. Das klingt spannend. Aber ich habe gehört, dass Quantencomputer noch in der Entwicklung sind und technische Herausforderungen haben. Glaubst du, dass sie in Zukunft weit verbreitet sein werden? Es ist schwer zu sagen, Anna. Die Technologie befindet sich noch in einem frühen Stadium. Aber es gibt viele Forschungsanstrengungen, um die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern zu verbessern. Es ist möglich, dass sie in einigen Jahren eine größere Rolle spielen werden. Ein weiteres Thema, das im Zusammenhang mit Quantenmechanik oft erwähnt wird, ist die Quantenkommunikation. Wie könnte sie die Kommunikationstechnologie beeinflussen? Quantenkommunikation ermöglicht es, Informationen mit einer höheren Sicherheit zu übertragen. Quantenverschlüsselungstechniken können abhörsichere Kommunikation gewährleisten. Das könnte in Bereichen wie dem Finanzwesen oder der Regierungskommunikation sehr wichtig sein. Das ist faszinierend. Aber ich frage mich, ob diese Technologien für den Alltag zugänglich sein werden. Was denkst du darüber? Nun, es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis Quantentechnologien im Mainstream angekommen sind. Aber wie bei vielen neuen Technologien könnte ihre Anwendung mit der Zeit erschwinglicher und zugänglicher werden. Ich denke auch, dass die Quantenmechanik Auswirkungen auf viele andere Bereiche haben könnte, nicht nur auf Technologie. Sie könnte auch in der Materialforschung, der Medizin und der Energiewirtschaft eingesetzt werden. Absolut, Anna. Die Quantenmechanik hat das Potenzial, unser Verständnis der Natur zu erweitern und neue Möglichkeiten zu eröffnen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Entwicklungen in den kommenden Jahren entfalten. Ich stimme dir zu, Markus. Die Zukunft der Quantenmechanik verspricht viele spannende Entdeckungen und Anwendungen. Es wird aufregend sein, dabei zu sein und diese Entwicklungen zu verfolgen. Markus, hast du gehört, dass die Quantenmechanik große Fortschritte machen wird? Ich frage mich, wie sich das auf die Entwicklung von Quantencomputern auswirken wird. Ja, Anna, die Quantenmechanik hat enorme Potenziale für die Entwicklung von Quantencomputern eröffnet. Sie könnten komplexe Probleme in Bereichen wie Klimaforschung, Logistik und Medikamentenentwicklung lösen. Das ist wirklich beeindruckend. Aber ich habe gehört, dass Quantencomputer noch einige technische Herausforderungen haben. Glaubst du, dass sie bald weit verbreitet sein werden? Quantencomputer sind definitiv noch in der Entwicklungsphase. Aber es gibt bereits Prototypen, die vielversprechende Ergebnisse liefern. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis sie für den alltäglichen Gebrauch zugänglich und erschwinglich sind. Interessant. Neben den Quantencomputern hört man auch viel über Quantenkommunikation. Glaubst du, dass diese neue Art der Kommunikation in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird? Absolut, Anna, Quantenkommunikation ermöglicht eine abhörsichere Übertragung von Informationen. Dies könnte in Bereichen wie der sicheren Datenübertragung, dem Online-Banking und der Telekommunikation von großer Bedeutung sein. Das klingt vielversprechend. Ich frage mich jedoch, ob die Quantentechnologie auch negative Auswirkungen haben könnte, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und den Datenschutz. Das ist eine berechtigte Frage, Anna. Die Entwicklung von Quantentechnologie erfordert auch die Entwicklung von Sicherheitsmaßnahmen, um Missbrauch zu verhindern. Es ist wichtig, dass Ethik und Datenschutz bei der Nutzung von Quantentechnologie berücksichtigt werden. Das stimmt, Markus. Ein weiterer Punkt, der mir in den Sinn kommt, ist die Auswirkung auf die Bildung und Forschung. Wie denkst du, wird die Quantenmechanik den Bildungs- und Forschungsbereich beeinflussen? Die Quantenmechanik wird definitiv neue Möglichkeiten für die Bildung und Forschung eröffnen. Es wird notwendig sein, dass Universitäten und Forschungseinrichtungen in die Ausbildung von Fachkräften investieren, um das volle Potenzial der Quantentechnologie auszuschöpfen. Ich sehe viele positive Aspekte in der Entwicklung der Quantenmechanik. Es ist aufregend zu sehen, wie sich diese neue Technologie weiterentwickeln wird und welche neuen Anwendungen sie mit sich bringen wird. Da stimme ich dir zu, Anna. Die Quantenmechanik hat das Potenzial, unsere Welt zu revolutionieren. Es wird spannend sein, diese Entwicklung zu verfolgen und zu sehen, wie sie unsere Gesellschaft und Technologie beeinflussen wird. Markus. Es ist erstaunlich, wie sich die Quantenmechanik weiterentwickelt. Ich frage mich, welche Auswirkungen sie in der medizinischen Forschung haben wird. Ja, Anna. Die Quantenmechanik wird definitiv einen großen Einfluss auf die Medizin haben. Sie könnte dazu beitragen, komplexe Krankheiten besser zu verstehen und personalisierte Therapien zu entwickeln. Das wäre ein großer Fortschritt. Aber ich mache mir auch Sorgen um die Sicherheit. Gibt es Bedenken hinsichtlich der Nutzung von Quantentechnologie für böswillige Zwecke? Das ist eine wichtige Frage, Anna. Bei der Entwicklung von Quantentechnologie müssen Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden, um Missbrauch zu verhindern. Es wird auch notwendig sein, Gesetze und Vorschriften einzuführen, um den verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie sicherzustellen. Das beruhigt mich zu hören. Die ethischen Aspekte sind ebenfalls von großer Bedeutung. Wie können wir sicherstellen, dass die Anwendung von Quantentechnologie im Einklang mit ethischen Standards steht? Ethik spielt eine zentrale Rolle bei der Nutzung von Quantentechnologie. Es wird wichtig sein, Richtlinien und Standards zu entwickeln, um sicherzustellen, dass diese Technologie zum Wohl der Gesellschaft eingesetzt wird. Der Dialog zwischen Wissenschaftlern, Politikern und der Öffentlichkeit wird dabei von großer Bedeutung sein. Ich stimme dir zu, Markus. Die Quantenmechanik wird nicht nur technische Fortschritte bringen, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen. Wie denkst du, wird die Quantentechnologie die Gesellschaft beeinflussen? Die Quantentechnologie wird zweifellos verschiedene Bereiche der Gesellschaft beeinflussen, von der Kommunikation bis zur Energieversorgung. Sie wird neue Möglichkeiten eröffnen, aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Die Gesellschaft muss sich darauf vorbereiten und sich aktiv mit den Auswirkungen auseinandersetzen. Das sehe ich genauso. Es wird wichtig sein, dass Bildungseinrichtungen, Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten, um das volle Potenzial der Quantentechnologie zu nutzen und die Gesellschaft auf diese Veränderungen vorzubereiten. Absolut, Anna. Eine breite Beteiligung aller relevanten Akteure wird entscheidend sein, um die Chancen der Quantentechnologie zu nutzen und gleichzeitig mögliche Risiken zu minimieren. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die die Zukunft der Quantenmechanik bietet. Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich diese Technologie entwickelt und wie sie unsere Welt transformieren wird. Ja, Anna, die Zukunft der Quantenmechanik verspricht große Fortschritte und Innovationen. Wir sollten offen für Veränderungen sein und bereit sein, die Herausforderungen anzunehmen, die mit dieser faszinierenden Technologie einhergehen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht es zu liken und zu abonnieren. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017